auf start server musste mal gucken ob dem hier bei das klappt sehr schön verbindung zum horst ich habe schon wieder vergessen wie es geht ja ich auch total ich weiß auch gar nicht wo wir hin müssen waypoint portal kann man hier gehen und dann kann man ja mal schauen wo man rauskommt oder so hier unten gibt es aber nix fest wo der stern warte mal der hier kann man ja was abgeben ich weiß gar nicht ach ne man bekommt beides man kann das gar nicht auswählen kannst du mal den gegenstand irgendwie auswählen den man kriegen kann glaube ich ich bin glaube ich hier dass man kriegt alle drei darauf gestaunt aber ich bin auch nicht so in der materie drin muss ich sagen und wie kann ich das aber auch nicht abgeben er hat immer noch ein fragezeichen bei mir auf dem kopf dann haben wir das wahrscheinlich noch gar nicht gelöst ja das kann sein naja da komme ich mal hinterher genau muss mich auch erstmal dran gewöhnen dass ich gar nicht mit der maus steuern muss und ja genau ich mit mit w a sd oder so ja so sind die monster genau die schlafen schon alle ja wohl ich hab sie wieder ins jenseits geschickt das läuft mir hier für ein vieh hinterher ach so das ist ja meins ne wo ist das für eine ja wo mit dem erfahnden oder auf jeden fall kommt man da was abgeben die 195 fame haben wir bekommen aber die karte ist schon aufgedeckt na ja da unten leuchtet noch so ein stern oder so hier ist ein gegen nacken gott diese karte ist aber auch echt verwinkelt ja auf jeden fall warte mal ich komme hoch zu dir bitte kommen sie ja schnell schnell kommen sie mir nach genau wo waren das eigentlich war das ein film oder so bitte kommen sie ich weiß gar nicht bitte lassen sie das das hört sich voll gut an ja irgendwo hier muss man nur oh ja stufe 6 bis 8 das genau das richtige für uns auf jeden fall ich habe noch 7 fähigkeits punkte sehe ich gerade ist mir egal ja was ich sehe die bild genau ich muss meine ja auch noch mal vergeben so wo vergeben wir die ach da wo das plus ist wahrscheinlich ne so da haben wir einmal die skills was kann man denn mal abskillen hier genau wofür gibt man das eigentlich ach hier unten ist noch mal gott jetzt muss ich aber mal gucken also das ist äh so am es gibt aber storm skills gibt es auch storm skills oder kann ich nichts machen das waren die skill points aber man kann auch seinen charakter und wieder aufbessern ja genau da gab es doch mal aber ich weiß gar nicht wie das ging da ist der inventory mit s ok aber da habe ich bei mir nur da sehe ich bei mir keine punkte bei mir stehen da diese magma spears oder also diese waffen und charge mastery oder so oder mystery ok ja das stimmt das sind ja steht ja auch skills drüber ne genau aber es gab doch noch aber wo war das denn wo man den charakter aufbessern kann wo man was äh den charakter achso auf der linken seite äh du kannst den charakter kannst du auch noch aufbessern ja aber das habe ich schon vergeben ich hatte irgendwie nur sieben skill fertigkeitspunkte also skill points okay dann habe ich das auf jeden fall auch gemacht sehr gut jetzt fühle ich mich wieder strong like a lion so ich bin soweit ach sehr gut mach ich mal hier mal das ist gar nicht ok ah jetzt ist die karte auch dunkel ne eieieiei so der konnte ja gar nichts ne da war ein Lappen ja viel machen die aber nicht wie ein Lümmel jetzt wollte ich schon dein pet verprügeln alter au halt zack warte den hast du aber schnell umgehauen oder was hier sei es war ein riesentyp hm ist ja super hier ne ne ah hier das ist schon die äh diese zweite wasse ist ganz geil mit diesen art flammenwerfer oder was ich da habe auch mal hier verletzt ok es gibt hier auch fallen ah shit das ist nicht so schön du kommst du kommst du kommst heute schiesst du noch mal mit den oben jetzt dann Alter, wie der einen verplättet, der hat er wie auf die einklöppelt, der ist ja unglaublich, ja, ich kann hier tausend Sachen einsammeln, so ein Köter knabbert mir am Hintern rum, der Quest haben wir gerade abgeschlossen, ich weiß zwar nicht, was für einen, da bin ich ja mal gespannt, da bist du, du bist nach unten gegangen, ich kann aber auch zu dir kommen, gehen wir mal, ist egal, wir können auch nach unten gucken, ich meine, also ich glaube, zu dem nächsten Stern geht es ja nach oben, ja, okay, stimmt, dann komme ich mal zu dir, hast recht, ich fliege, da gibt es doch noch acht, hast du gleich welche geplättet, hatte mich geärgert, das ist eine sehr gute Frage, wir kommen in friedlicher Mission und die hauen uns ja mal platt, das gibt es auch nicht, Alter, wie die zerfetzen hier und tausend Sachen kann man hier einsammeln, ganz viel Gold und ich glaube, ich sollte auch den Großen mal mit rumklöppeln, wo haben wir sie alle, ja, yo, schön was einsammeln hier, das ist echt unglaublich, wie viel da gelaufen kommt, oh, hier liegt noch was, oh, da kriegen wir bestimmt eins auf den Nuss, mh, das glaube ich auch, das Kätzchen ist richtig sauer auf mich gewesen, hier kann ich aber schön Gold einsammeln, sehr schön, ach, das schöne Gold, das ist schon ganz gut für so ein altes Spiel, ja, auf jeden Fall, aber mich erinnert es wirklich an Diablo 1 irgendwie so, ja, oh, Bombe, ich muss sagen, Diablo 1 war aber auch klasse, weil das war ja revolutionär, ich muss hier mal weg, ich muss mal einen Trank nehmen, das kriege ich hier ein Problem, man ist so richtig im Metzel-Modus, ne, wenn man erstmal draufgauen hat, dann hört man gar nicht mehr auf, schon alle tot, egal, wird gemetzelt, ich muss dich mal lauter stellen, weil immer wenn es abgeht, höre ich nichts, nicht mehr im Metzel-Modus ist, mann 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 so jetzt ist hoffentlich besser wir waren schon ganz richtig hier gibt es eine kiste ich bin da mal die ganzen ordnung die herumliegen genau weiter es gab aber keine riesen explosion und ist das so ein zwischenboss wieder hier ich gehe mal weg und immer einen kleinen trank hier der ist aber hartnäckig ja wir haben ihn schluss mit lustig hier ist rumgezicke da den djinn haben wir auch befreit der ist jetzt glücklich und zufrieden ich nehme man weiß gar nicht was auch hier hier wollte eben noch einer wissen noch so ein fettes dinge hat er verschwindet ja ständig wenn man den an alter das war aber knapp ich muss mal ganz schnell meinen energietrank hier nehmen alles klar super voller energie das gibt es ja gar nicht wir sind ja mal ein bisschen hardcore drauf hier ne so mein inventory ist voll sehr schön kann ich jetzt mein wauwau eigentlich los schicken ja ne und sagen ja pet panel jetzt muss man überlegen wo war das direkter pinnel ach so ich musste warte mal jetzt gucken jetzt habe ich ja mein inventory so warte mal ich will erst mal gucken was ich jetzt hier ein schulterpolster habe und was ich dennoch aufleveln kann weil ich habe jetzt hier das habe ich denn für ein schulterpolster das hat level 10 und das hat hier level 6 ok das kann weg das kann er haben hier habe ich noch was zum erweitern was ist das hier hier habe ich noch was hier noch reinpacken dann habe ich hier die handschuhe meine haben schon 10 ok der kann auch weg was ist das hier ok alles klar das kann auch weg ich habe sogar so viele zusätze die habe ich gar nicht gesehen du kannst ja auch steine oder augen oder so irgendwo reinsetzen das ist ja ja zack gibt es eigentlich eine möglichkeit alles verkauft genau gibt es eigentlich eine möglichkeit alles zu markieren irgendwie nicht sicher ich ziehe die sachen nämlich jetzt einzeln rüber einfach shift halten und dann draufklicken dann schmeißt da die automatische rüber alles klar hätte ich mal eine experte in dem geben danke das ist eigentlich die top so jetzt bin ich bei meinem pet und jetzt muss ich meinem pet folgendes sagen und ich organisieren shopping list pet spells inventory was muss ich denn da noch mal anklicken ach so dieses nach hause symbol da ist unten ist so ein häuschen unten rechts in dem ist ja super genau grünes alles klar jo dann bin ich jetzt bereit sehr gut für weitere schandtaten was hier geht die greifen auch von allen richtungen an hier spiel mal hier mal sport torne in die ohne normal hier nach oben da waren wir nicht weiß nicht ob es da weiter geht oder nicht oh fast was könnte schnitt hier der wird dann kamst du noch was schönes ein bisschen gold konnte ich eben noch sammeln alter wie der typ da liegt er mit seinem kaputten hammer oder so das ist ja lustig aus also hier ging es nicht weiter müssen wir wieder die treppe runter kann man kann sich eine karte anzeigen lassen wenn man m drückt ich gehe noch mal hier hinten alles aufdecken das können wir ja machen oder ja klar ich gucke mal ob ich meinen charakter hier muss ja auch leben kann aber ich kenne ein paar skills vergeben sehr schön ist klar super ja ich finde so zu unserem spiel so ein bisschen farmen und man ein bisschen was einsammeln ist ganz gut alles denke ich auch jetzt nun komme ich mal zu dir bist du schon rufen ja ich kümmere mich schon gerade um jemanden ich habe schon einen jenseits geschickt das ist gut ja kommt schon sehr gut wir sind noch ein paar urnen ich bin jetzt nicht sicher wo du bist bist du die treppe runter ich bin ganz am ende der karte warte mal ich komme dir mal entgegen mal sehen ob ich dich sehe weißt du am ende der karte wusste ich weiter ging ja ganz unten da bin ich jetzt ich bin jetzt ich warte hier mal in der mitte der map welt welt spring tempel floor 1 ist das ich sehe dich auf der karte überhaupt nicht mehr ich bin auch in der ur quell tempel ich hab sie auf deutsch ebene 1 also wenn ich jetzt ich bin jetzt ganz unten da wo es dann nicht mehr weiter ging siehst du die treppe auf der karte wenn du m ja kannst du da mal hinkommen weil mitte der karte ist ein bisschen schwierig ich weiß nicht wo das nach alles klar ja es ist wahr du bist ja schon treppen runter ich bin nämlich auf der anderen seite gewesen da ging es auch noch weiter war auch eine treppe die runter ging so jetzt genau jetzt jetzt warte mal jetzt bin ich upstairs wo bist du denn jetzt ich bin immer noch komm ich noch mal hoch bevor ich ich sagte ich gehe noch mal zurück so ich laufe hier zu meinem floor 1 lang ob ich dich jetzt wieder finde ist ja auch blöd dass man das nicht sehen kann doch wir müssten uns also eigentlich sieht man sich wenn man noch der gleich oder bist du die treppe noch mal ich bin quasi wir sind ja also zum schluss waren wir ja ganz ganz unten sozusagen von der karte da sind wir ja nicht mehr weiter gekommen und wenn du dann umgedreht bist du bist einfach nur ganz aber ganz geradeaus durchgelaufen am ende der karte da ging es dir war die karte noch nicht aufgedeckt da ging es dann weiter ja genau da war ich eigentlich auch warte mal ich nur ich gucke mal ich muss gucken hier geht es ja auch irgendwie noch noch weiter oder so also für mich geht es hier auf jeden fall nicht weiter da ist irgendwie merkwürdig als wir müssten uns ja normaler sehne wenn wir auf derselben ebene sind ich glaube schon so ich kann jetzt lauf noch mal so ein quergang könntest du denn zurückfinden ja das auf jeden fall also vielleicht das am besten weil ich weiß nicht also ich weiß halt nicht in welche richtung ich jetzt muss sonst können wir aber auch ich meine ich kann auch hier rumlaufen und dann treffen uns wieder draußen oder so keine ahnung ja kann man machen also also merkwürdig finde ich das schon dass wir uns da nicht treffen ja ich weiß halt wie gesagt nicht wo du es ist ist immer noch da geblieben wo wir waren ja da war ich ja auch aber da warst du ja nicht mehr kann das sein dass wir aber wir sind beim selben spiel also wenn du noch mal zurückkommst hier wo wir wo du meintest da ging es war ja die treppe warte mal dann komme ich da noch mal hin da warst da warst du gerade du bist jetzt vor der treppe ja also es sind ja zwei es ist ja einmal oben links ist ja so eine treppe also so ein pfeil nach oben genau genau und dann ist ja noch mal genau da müsste ich das abgehen wenn welch aus meiner aus dem floor 1 raus ich kenne mal genau ich gehe was der ist ab wenn wir nicht draußen achten ist da gern ich bin noch immer im ganzen gewesen quasi und jetzt bin ich jetzt bin ich ganz oben aus dem dann schon raus und bin jetzt wird tempel steps spring approach okay dann komm ich da mal hin ich bin ich kann das sein dass das spiel uns nicht mehr synchron ist das kann sein also ich war sehr sehr erstaunt ich bin empört so ich gehe jetzt treppe nach oben ich habe mal mich um einen gekümmert und das ist gut hier draußen ist keiner ja ich sehe ich sehe auch keiner zu retten das wird er so komischen stein steinen hier genau wasser genau die genau das hier wasser war wasserfall vorne habe ich am platt gemacht wenn er dann von diesen komischen stein runter geht es ist so ein steiniger weg das ist ja komisch na gut ja dann gehe ich noch mal in den tempel dann müssen wir es wohl alle beide alleine machen das ist cool noch schneller weil jetzt bin ich wieder drinnen und dann gehe ich da unten in die treppe rum ok ich kümmere mich gerade mal um ein paar leute die wollten mir ja das essen klauen draußen ja hefte hier aber überlegt mal das spiel ist so alt und dann passiert sowas also trotz der 1000 patches die es wahrscheinlich gab ja oder vielleicht gerade deshalb echt eigenartig aber wahrscheinlich dann wenn wir wieder zurück in die stadt porten oder so dass man sich dann wieder trifft ich bin jetzt wieder unten im dungeon ich auch ich gehe zu der treppe die nach unten führt und links sie nach aus der setz alles klar dann komme ich da auch mal hin ja ich weiß gar nicht ob es ein synchronisation uns taste gibt aber das ist eine gute frage das wäre wahrscheinlich eine funktion die man unbedingt bräuchte ja definitiv vor allem wenn sowas passiert ok jetzt bin ich hier an der treppe ich komme auch mal nach unten warte wir haben die ja auch selber noch abgemackelt ne das war das witzige also zusammen ne die und dann auf einmal zack weg waren wir so ich bin die treppe auch runter gegangen ich bin jetzt auch ich weiß nicht ob man sich nicht zu weit auseinander entfernen darf 3 4 1 jeder macht seins ja voll verrückt ne ja oh level up habe ich sogar bekommen sehr gut alter gerade jetzt bin ich alleine und muss gegen diese gepanzerten riesen dinger da ankämpfen ja das mache ich auch gerade voll bescheuert da siehst du es gibt doch ein parallel universum oh oh ich sehe mich gut aus heiltrank saufen so aber zum glück heilt der heiltrank echt schnell so ich habe mich mal zur stadt gebeamt echt da wo diese monster die dicken waren mit ihrem mit ihrem dicken schilden irgendwie da war ein portal dann sind wir doch woanders weil ich habe hier kein portal also ich bin im dungeon immer noch unten ja und in dem dungeon hatte ich so ein portal und wie zack ja ich warte mal an den waypoint portal in der stadt ich bin jetzt in asterian in clave ich habe kein portal heftig ich renne hier schon überall rum ja warte mal vielleicht kann ich ja zurückkommen du bist ja bei dem temple steps ne ja urquell tempel mhm ok dann gehe ich da mal gehe ich da mal hin genau du hast ja gesagt oben der stern da müssen wir noch hin genau und da werde ich jetzt auch mal hin marschieren im Moment haben wir ja schon tausend monster hier draußen voran die lauf ich mal vorbei hier ja 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 so jetzt muss ich hier mal ein paar leute platten machen ich bin angekommen jetzt bin ich wieder im dungeon schön also ich bin eine treppe tiefer schon okay dann komme ich mal eine treppe tiefer auch ist ja auch unten links die treppe sozusagen genau und da gab es irgendwie bei mir kein portal es kann ja sein dass wir unterschiedliche dinge irgendwie einsammeln oder aktivieren oder so und ja das kann sein das passiert ja auf jeden fall ja ich sag ja die computer sind viel schlauer als wir der ist da und jetzt gehe ich runter jetzt bin ich auch unten in dem portal krass ich sehe dich gar nicht ich gucke auch gerade ich ich bin gestorben okay dann kann ich okay ich hab mal ach wir sind ja auch bescheuert das ist ja auch irgendwie ist die verbindung getrennt ach so okay ich hab dich ja auch um mehr als charakter stehen kann man was ich connecte noch mal bei dir ja wahrscheinlich ist irgendwo die verbindung getrennt worden das gibt es hat gedauert das hat gedauert bis ich es gemerkt habe hat er das bei dir angezeigt irgendwie oder gar nicht ich gucke nur halt oben links stehst du ja normalerweise immer als stehst du wieder oben ah so jetzt komme ich zu dir das ist ja gut mit diesem mittleren portal kann man sich direkt zu deinem spieler porten oh das ist ja geil so da bin ich ah hallo was hier jetzt können wir loslegen oh du siehst jetzt auch viel besser aus als vorher ja ne so erholt das war auf jeden fall ne erfischungskuba oh shit ich bin gestorben aber ich bin gleich wieder da weil du kannst dich direkt am eingang äh wieder hinbiegen so ich bin schon in deine richtung unterwegs zack da bin ich wieder die holgeräumt nicht rein dürfen genau oh da können wir aber ordentlich sammeln ne sehr gut oh mein ist ja der nächste ja da geht es richtig ab da unten ja da geht es richtig ab da unten scheiße die eingeklemmten zwischen den ganzen Typen ich habe jetzt mal energie getankt hier jetzt werde ich wieder auf den schießen reinhauen Alter der ist echt äh übel drauf der Typ das ist ja traurig nur der Boss ok da können wir mal zum Boss gehen hm ah da liegt noch was sehr gut hier war der Eingang ich laufe dir mal hinterher weil du hast wieder den Plan oh da konnte man aber schön was einsammeln ja oh oh wir sind alle nicht ganz ohne sonst bleibt nur mal kurz stehen warte mal da sind nur 22 da kommen nicht mal kurz 30 ich will mein charakter nochmal auf der ich habe ein paar points vergeben das war super so und jetzt hier auch noch mal level 10 bin ich gerade das ist ja sehr schön fünf punkte kann ich vergeben dann gehe ich mal vitality ein bisschen setze ich mal beide gleich auf 18 das ist noch mal dexter oder dexterity an welcher stelle ist es denn ein zweiter also strength um also stärke und dann ist schick alles klar ich muss noch mal kurz die energie tanken er ist auch ich habe das letztes mal falsch gemacht glaube ich habe so viel eingesammelt weil ich habe 33 tränke oder so kann ich alle auszüllen ja das ist so viel vor allem das gut ist man kann einfach nur eins drücken und dann super automatisch weiter immer schön mit dem hammer drauf den großen hammer auf dem kleinen c jede Woche abwehr ich würde ach du hast ein hebel hier genau das noch einer level steht hier bei mir ach dann kann man die dinger hier weg machen ach deswegen ich kenne nur den konnte nur den ein hebel bewegen den anderen hier ja ich ach doch hier konnte ich eben auch da kannst du hier die dinger weg machen das ganz gut jetzt kommt man hier durch ach jetzt kommt man hier links nicht mehr durch bombe oh jetzt war ich das spiel bomber man noch wo wir gerade bei bombe sind ja das war super auch legendär ne okay warte mal wir können ja mal hier kann ich ganz viel einsammeln sehr schön hier war eine truhe oh ja oh alter das ist ja richtig ich glaube das war es dann jetzt kommen wir auch hier lang sehr gut es war vorhin zu genau aber sonst gibt es hier nichts das ist ja merkwürdig na gut dann können wir mal zum end ach so hier hinten geht es auch lang warte ich drück doch nochmal einen hebel hier hinten jo und ich sag dir dann ob es geklappt hat ja warte ja hat geklappt dass er das blaue ist weg aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus oh scheiße warte mal vielleicht kann ich jetzt drücken genau kommst du jetzt raus jetzt aber ich habe noch einen hebel warte mal ich drücke mir den anderen ach ne jetzt habe ich dich wieder eingeschlossen echt verrückt ach das ändert immer woanders wie geklappt ist das denn oh mein gott ich komme ja nie wieder raus warte mal ich kann aber versuchen ob ich auch nochmal ich habe jetzt auch nochmal einen hebel gedrückt immer noch nicht da warte mal dann drücke ich mal den anderen ja jetzt bin ich super na gut dann können wir ja zum meister boss gehen das ist bestimmt bei diesem ein spiel was war irgendwann auch noch mal zocken werden weißt du wo dieses ich hab den namen schon ganz vergessen wo man dann sagen wir beide in dieser parallelwelt sind und dann sagen müssen wie man das löst oder ne stimmt aber das könnte vielleicht auch hier laufen ich glaube das ist wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll ja ich glaube auch das war grafisch ja doch hast recht grafisch war das gar nicht so schlecht aber auch also jetzt jedenfalls nicht so super modern ja kann man das mal ausprobieren alter falter da war mal tiere unterwegs hier das ist richtig ab er wollte sich als stein tarn auch gleich an aufgekriegt und gab sogar 15 gold für den typen ne schneipenschlägerei das ist viel besser und auf die mütze schon was einsammeln gleich kommen wir zum endpost und wächter sind hier schon unterwegs ja den haben wir ausgelöscht da haben wir voll den disconnect gehabt und dann ja du bist du denn nicht da genau warum bist du denn schon wieder weggelaufen bist du bekloppt oder hast du überhaupt keine ahnung ja echt aber gut dass wir da ruhig bleiben und man sich da nicht gegenseitig anmacht oder so ja voll die schlägerei ja klar ja ich spreche nie wieder mit dir oh so wo ist er denn hier unser big boss ich weiß nicht hier oh da ist irgendwer gefesselt oh oh der general Mike ist so heavy ich hab das gefühl ich kämpfe ja gegen gegen so nen Boxer den ich immer aufboxe und dann passiert nichts jawoll komm her hier oh alter Schwede er hat aber gesessen er braucht richtig rein ja muss doch weg hier sonst hab ich gleich ein Problem ah nein er hat mich gekillt aber nicht schlimm ich bin gleich wieder bei dir ich bin gleich wieder ich bin gleich wieder alter wie lange sollen wir auf den rumkürteln ich bin wieder platt aber ich komm gleich wieder zack das gibt's ja gar nicht ich sauf hier die ganze Zeit getränkt ja das glaub ich auch einfach Schaumpen müsste auch draufhauen bis sie weg sind und dann ich kann nicht mehr reden alles kaputt hier einen schönen schönen energy ja oh 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 ich bin nicht hier wieder das laufen spawnen hier aber auch ständig ja der holt aber auch ständig seine Armee hier an der Typ hört sich an als wenn ich nachts aus dem Bett falle und dann ach ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da oh jetzt bin ich irgendwie fein wo lässt du dich immer wieder beleben äh und zwar ganz rechts die Option kostet zwar 439 also im Endtrends ne die kostet zwar 439 gold oder so, aber das ist ja super Alter, wie das hier abkühlt dann muss er uns erst mal um seine Scherben hier kümmern oh, wir haben ihn leckt mich an den Tisch boah, jetzt fallen er um, ich dachte schon, der begriff mich noch das ist ja ein Triumph, da passt ja die Musik richtig ich muss mal gucken, ob ich jetzt kann man bestimmt coole Gegenstände ja, ich habe alles schon eingesammelt ja so, ich trinke gerade eine Flasche alkoholfreies Bier nicht, dass hier einer im Stream denkt, ich trinke Bier im Stream, das wäre ja niemals auf jeden Fall nicht oh, hier ist noch, ich gehe mal hin hier zu Schneeweißchen ja, komm mal mit oh, hier gibt es fette Tun oh, was ist das? oh, oh Tiefelfieh hier Wächterin des Wissens Guardian of Water ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin glücklich, dass du hier kamst wir kamen, so wie der Alchemist den Guardian aber er hat ihn okay ich wusste, dass etwas mit dem Alchemist was falsch war nachdem wir den Ordrack verletzten, unsere Emberblight wurde verletzt der Alchemist konnte nicht sein Experiment aber die hatte immer nur Fragzeichen im Kopf, warum jetzt quatsche ich mit dem anderen ah ja, jetzt auch sogar mit Sprachausgabe ja ach, die haben jetzt ein Portal geöffnet aber trotzdem haben beide noch Fragezeichen auf dem Kopf, das verstehe ich nicht so ganz weil wenn wir jetzt ins Portal gehen, dann kommen wir doch wieder in die Stadt, ne? oder müsste man sich hier man muss sich vielleicht irgendwas aussuchen wie kann man sagen ich kann immer nur auf OK drücken also den den Haken betätigen, ne? naja, dann gehen wir wohl zur Stadt, oder? ja kack, wie schnell du mal weg bist und wir sind noch synchron, ne? ach, hier kann man was aussuchen jetzt ah was haben wir denn hier Damage Level, was ist das? Level 15 Level 14, nehm ich mal den hier das ganze Tempel, das diese Plage aussieht zu spezifisch du hast nie gesehen, die Quest Request accepted so und dann kann ich mal wieder hier ein bisschen paar Punkte vergeben Prima Punkte sind vergeben achso, hier kann ich ja gleich mal gucken da haben wir ja eben diese eine Waffe hier bekommen, ne? ja, du kriegst glaube ich andere Sachen als ich ich guck mal, wie ich hier verkaufen kann hier konnte man da warum? ah, hier wenn ich, ähm, so ein was ist denn das? so ein rotes Kreuz habe dann ist das doch eigentlich noch nicht untersucht oder so, ne? ja, genau ach nee, das ist, dann kannst du es nicht benutzen, ne? ah, stimmt ja, weil ich, mein Charakter noch zu schwach ist ja genau, ich, das ist schon Level 17, ja wie identifiziert man nochmal? ja, also mein Charakter sehe ich gerade ist noch auf 11 ok, dann aber ich gucke mal ne, das würde nix bringen ok, dann kann ich mach ich das mal so, dass ich mein mein Pad gleich mal hier füttere mit den Sachen, die ich nicht brauche ja, wobei, hier kannst du glaube ich direkt verkaufen ok also bei, ne, gehst du zu so einem Händler hier und äh ja so, ich habe hier aber viele Sachen ihr kriegt, ey, die, da kann ich mein Charakter richtig gut aufleveln ja, ich auch das sieht jetzt auch echt krass aus mit diesem Schädel-Ding auf dem Kopf ja ah, hier habe ich noch einen Stein, den kann ich mir ja, wie sagt man mal so, lieber ein Edelstein in der Krone als ein äh, Stein auf dem Grab oder so irgendwie, gab es da mal einen Spruch das weiß ich auch nicht so, was ist das denn hier ich hau das mal alles weg, bis auf das eine hier ja toll ah, alles klar jetzt kann ich auch mein Pad gar nicht nach Hause schicken weil ja hier die, äh, Händler sind vor Ort, ne? ja, genau, ich glaube mhm ok so ich weiß auch gar nicht, wo wir dann lang müssen, damit, äh wir dann, äh, weiter können ich guck wieder hier, warte mal erst mal gibt es da so ein, noch so ein Krage-Zeichen, das wir auch geben können mhm stage your business das haben wir sehr fein gemacht ja, hier gibt es ja auch so Sets, ne? ok ja, ich hab jetzt kein Set genommen ah, hier ist noch ein Frage-Zeichen, ne? ja mhm, äh oh, ich kann das Ding ja noch gar nicht tragen ok aber das Frage- Frage-Zeichen bleibt bestehen ein Komma zu mir ach da unten, ja stimmt, ja genau das haben wir ja von dem haben wir ja noch ein Quest gekriegt und hier nach oben geht es, glaube ich, weiter hier wo wieder zum Glück gibt es diese Sternchen sonst wüsste ich auch nie, wo es lang geht mhm ok, super achso, und genau und dann kehren wir wieder zurück und wenn wir zurück sind, dann, äh können wir den Typen mit der Frage zeigen auf dem Kopf und, äh nochmal erzählen, dass wir das alles geschafft haben ok warte warte das ist ja nichts für Spinnenfobie Menschen ne genau Arachnophobia weg weg genau weit, weit, weit weg weg hier holt das die sehen aber auch lecker aus ne mhm oh schön gold einsammeln, hier schön gold einsammeln, hier hat die raum schon geht rein, ja mhm mal diese babyspinnen, die sind immer so flink zack auf der Karte ach stimmt, ja jetzt wills, ja aber ich bin auch nur durch Zufall aufgefallen alter ich bin unter der Ange wenn du ein bisschen Energie nimm ja ich hab ihn ja besser sehr schön so machen wir mal die Ohren hier hier mhm wahrscheinlich müssen wir da hoch, ne oh ja das könnte gut sein ja das steht da mit so einem oh little lost ones ich komme und zusätzliches quest bekommen hier oh sehr oh gott wie viele spinnen ja übel übel fand ich bei the witcher 3 so geil da kannst du doch immer diese monsternester ausrotten genau ja das können wir mal gut sein, ja ja dann erstmal hier die verlorenen kleinen machen, oder? ja, können wir machen zack haben wir erstmal ordentlich ausgeteilt und gezeigt wer wir sind mal geht's jetzt hier weiter einfach schwer, ey ja schnell, schnell weg ah scheiße ich bin tot ja aber ich bin wieder da er ist wieder da mhm ja ich müsste bisschen mehr energie nehmen, oder so ja dann ja ich brauche mal wieder hier hm hm ich glaube der dungeon ist ja auch schwer für uns, also hm ja ist die frage ob die charakterstärke schon ausreicht irgendwie aber genau ok aber wir haben dann noch genug äh energiereserven genau genug heiltränke zack, 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 zack ah und wieder eine spinne platt das ist ganz geil hier mit den Fackel anzünden, ne? äh ja so weiß man genau oh Level 12 nice sind schon ja auch über mir oh boah hier ist ja wieder so ne Superspinne ja ok dann könnte ich immer mein charakter aufbessern so was ich aber gut finde, du kannst beim charakter aufbessern ja auch weglaufen, ne? ist ja ganz gut gemacht also ich hab jetzt hier das stimmt ja das Fenster auf gehabt boah hier kann man aber schön sammeln auf die Mütze ich glaub bei Fable, da hat er immer gesagt, dass deiner Haut mach ich mir eine Mütze haha ja ach stimmt, äh da gab's doch auch zwei, drei Teile ich weiß gar nicht mehr ich hab mit drei, ne? das war auch ein geiles Game oh alter Schnee, da waren ja die anderen kleinen Gegend aber das, äh, ich kann ganz gut abschießen, ne? ich hab nicht genug Mana ich hab nicht genug Mana alter, bloß Lee ey schnell weg hier erstmal nen kleinen Trank und mein Mana aufladen so, jetzt halt wieder Mana hast du kein Mana, ist schlecht dein Karma ich müsste auch immer abwechselnd Mana Tranker und Heil Trankers auch ja so, das war's schon der kann ja gar nichts nee, lächerlich äh ich hab so auf die Kacke gehauen, ey steckt nichts dahinter echt so alter, das ist ja, ja Silicon Valley, äh der legt ja so viel Gold rum ich denke, du kannst mir helfen dein Fan hat geflogen hm hm ah, jetzt können wir hier, ähm es gibt schon ganz coole Gegenstände level 13, ne? jawoll und ich kann schon wieder mal ins Gildia verteilen das geht ja schnell ja Skill, Skill, Skill ich wüsste überhaupt was ich skille ja, ich weiß ich versuche ich hab da so einen komischen Hammer den ich da irgendwie skille, aber ah, du könntest ja mit dem Mausrad sogar ranzoomen, ne? das ist ja auch mal ganz interessant oh, jetzt kann ich endlich mal ne gute Rüsten anlegen, das ist ja, genau ich kann ja auch nicht mal mein Inventar gucken, ob ich da noch bessere Stiefel habe das ist level 13, das level, oh, da kann ich aber hier guck mal guck mal, dann kann ich den Stiefel gleich warte mal den packt, gebe ich gleich mal mein Pad hier so, was hab ich hier bestimmt, ich kann auch gleich mal verkaufen oi hab hier sogar einen Ring, äh, den ich den können wir auch wegpacken Level 10 ja alter, ich hab ganz gut was eingesammelt äh, Level 12 Handschuhe gegen Level 10 austauschen nicht schlecht oh ja ok, das ist das ja, dann hab ich mein Pad, schicke ich mal weg das kann mal ein bisschen arbeiten für mich ja, mach ich jetzt mal ok können wir nochmal hoch, oder? mhm gucken wir weiter, das ist ein Fragezeichen genau da ist es grüß 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 machen wir doch woher gleich rein ins Quest? ja ja, machen wir das ist aber sogar level 14 bis 16, ne? ja, das wird wahrscheinlich hardcore mhm ich würd auch sagen, nach dem können wir ja dann auch Schluss machen ja, auf jeden Fall ja, auf jeden Fall das ist ja das ist eine ganz nice Runde gewesen das auf jeden Fall ne? und dann haben wir auch wieder zwei Stunden voll, glaube ich ja oh, ein Wegpunkt, sehr schön weil sie sich jetzt schon beinahe wieder draufgeklickt oh, das ist ja schon hier so voll der Boss ja sieht gar nicht aus wie so ein Boss, ne? ui, das gab 345 Fame das ist aber schön auf jeden Fall auf den Kopf mit dem Morgenstern was hat er ihm gesagt? Shinsai bitte, wie die explodieren ja, die platzen regelrecht weg, ja oh oh, weißt du früher in der Schule hat er von mir abgestiegen und jetzt haut er mir auf die Mütze jetzt hat er jetzt hat er jetzt hat er mir aber richtig auf die Mütze gehauen bist du gefallen? mhm, aber ich bin gleich wieder da ausgezeichnet da verpügelen sie alle ja wir sind die Bibliothekare, der Rächer für alle die ihre Bücher ja nicht abgegeben haben dann geht's gleich einer auf die Mütze zack ähm, jetzt geht's ja los ja dann muss ich ja mal gleich mal hier oh, lass mich doch mal kurz weglaufen ich will da noch mal ein bisschen Energie tanken Alter, die haben's aber drauf, ey ja, weg ist er ja das müsste ja eigentlich so, äh, vom Skillpunkten her und vom Leveln müsste das doch eigentlich noch sehr extra belohnt werden dass man mit einem schwachen Charakter einem stärkeren Level irgendwie siegt eigentlich schon, ja oh, ach oh, wie die mein Tier verpügelen das guckt ja an das guckt ja an manchmal wundere ich mich, dass mein Tier nicht freiwillig sagt es bringt mal kurz die Sachen weg wie ist er? ich sag dir manchmal du sehr verletzt es fliegt ja ja oh, da gibt's sogar Schienen ja ja, gleich kommt eine Eisenbahn und die überfährt uns jetzt jetzt gib mal Ruhe hier, Alter der Typ, ey der der hat aber irgendwie nicht eingesehen mich zufrieden zu lassen sehr gut oh, Stufe 17 ist das da mach mal trotzdem, oder? ja, auf jeden Fall ist ja kein Problem nö, ach wir haben's ja wir haben's ja was mich auch so ein bisschen an die Ansicht erinnert ich weiß ja, kennst du das Spiel Nocturne noch? nee das war so ein Spiel, das ist auch von oben gezockt und dann ähm hast du halt äh oh, jetzt ist es offen da hast du halt gegen Zombies ah, jetzt bin ich tot äh, gegen Zombies und Vampire und so gekämpft und musstest dann alle vier Charaktere quasi platt machen war auch ganz nice oh, okay wie du das kannt? war das auch so PC, oder? ja, war auch so PC, aber ja immer überlegen ist das noch in den 90ern, oder so? ich musste ja mal ein Video schicken das war ein richtig geiles Spiel, so von der Atmosphäre ja, das hat richtig Spaß gemacht später gab's dann auch glaube ich noch einen zweiten Teil ah, shit ja, was auch gut war, ähm das hätte ich mal auf Playstation früher gespielt Legacy of Cain das war auch gut na na hör mich schon wieder tot Alter, was machen die denn mit mir in die Verrückte? hab mich genau rumgefallen das ist wieder so ein Zwischenboss, oder sowas ja ja der rennt die aber auch hinterher mhm seine Schergen mir auch, ey ach, hallo, Bananernerv13 hier Jonas ist am Start, sei gewinn mal das gibt's ja nicht das gibt's ja nicht Alter, wir sind ja richtig auf die Mütze ich hab' während du alle tötest sammle ich das Gold ja, ich hab ähm ich hab mich mal kurz schlafen gelegt und ähm steh aber wieder auf ich mach mal kurz Zigaretten holen ja 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 heftig unterwegs ja Mann, Mann, Mann naja, der gibt's noch Gold oh, Level 13 schön wir mal schnell das ist gar super hier wir mal schnell kranklein hinter mit dir du hast ja gesagt noch was getrunken alter was war das denn wer meckert da denn wo wir sind oh, ne Bombe hast du es überlebt? ja, ich bin weggegangen die da die da da zack ja oh, wieder schöne Gegenstände eingesammelt mhm ach so, Level, genau wir können auch mal hier ein bisschen Skills verbessern alles klar und dann hier, warte mal den machen wir mal zu ey und dann haben wir hier noch äh fünf Punkte wieder ah, die haue ich auf jeden Fall auf meine Stärke drauf ich will ja ganz stark werden ach, du hast diese fette Kanone, ne? ja, jetzt ich wollte mal probieren ja was das macht äh, wo geht's denn hier lang? ach, hier hinten ah, ok gut ja, das ist gar nicht so schlecht ach so, warte mal ich bin ja falsch gelaufen ich komme alter, diese Goblins end das ist ja naja, die Kanone ist nicht so toll äh, ne äh, ne ah, man ich hab äh ich war mal kurz äh weg ich hab meinen Turnbeutel vergessen ich komme gleich wieder oh, hier liegt noch was zum einsammeln ah, ne TNT schnell weg aber ich lauf schon wieder falsch ich schlumpf so, ich bin gleich bei dir sehr gut oh, hier liegt aber viel Gold rum es gibt immer noch einen, der es wissen will, ne? der hier irgendwie mal so auftaucht, ey da hast du die Mega Monster platt gemacht und dann ja, kommt dann ein und sagt dir genau noch da na na ah, Gold, 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 Gold geht sich wieder nur ums Geld oh, soll ich das? Dynamit? oh ja oh ja ja ja, ich hab Reaktionen ja, da war es ziemlich Sommer, ja ui sehr schön, der ist weg freigesprengt boah, jetzt kommen noch mehr au, 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 au aaaah, da war sie da hab ich wieder nicht ausgepasst ist wieder umgekippt ja, genau oh, das ist ja wieder ein Zwischenboss ja, die Sohle von meinem Schuh ach, ist er schon wieder da? Endboss? ne, die Sohle von meinem Schuh hatte ich sich gelöst manchmal neue Schuhe angezogen so zack, da bin ich wieder ja schön sammeln ja, ich hab doch ganz gut tränkte Verbindung ja, ich auch, ey ich hab, ich hatte mal über 30 oder so über 40, jetzt hab ich nur noch 20 oder so was ja oh man ey das ist doch Alter, so ein Typ ist aus Eisen, ey ich bin ja das ist gut mit meiner Feuerkraft hier irgendwie ein bisschen bearbeiten äh, Mana nochmal tanken Energie tanken oh, wir haben ganz gut was gekriegt hier ja ja ich seh immer deinen Namen und dann denk ich, äh ach, hier ist ja ein Geheimgang das ist gar nicht verzeichnet auf der Karte äh, Jonas du hast recht, ich muss nur die 1 drücken dann kann ich auch mal ne Tränke nehmen stimmt ja, ich mach's immer mit der Maus irgendwie das geht dann fixer aber okay, kannst du auch 1 drücken, stimmt 1 drücken gut 1 gut ja brumm 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 hat doch schon wieder an der Dampette angeknabbert hier oh, Vorsicht, äh das hat gerumst ja, wurde heiß gesprengt ach, hier ist er auch ey, das ist doch weißt du, der ist 1,20 Meter groß und zäh als wäre er 2 Meter oh, hier sind nicht mehr davon aber ohne abstandsregel gilt hier aber das kannst du nicht vergessen wild um uns schießen hier jawohl ich habe ja beide habt recht jonas so wie du auch mit der wenn du die taste 1 nur drückt ist echt einfacher dann kannst du weiter spielen weglaufen und dann die 1 drücken muss mit der maus nicht steuern jetzt sind wir für meinen mauner verbrauchen der ganze ort auf jeden für arme und für beine kann jonas gleich hier mitmachen genau jonas wo bist du heiße bahnstrecke oh nein hier ist wieder so ein boss jetzt er hat einen kolgen gedruckt ja aber was für ein kolgen der ist nice dem bin ich sicher oh schnell weg so wo treibst du mich wieder rum da unten naja ich bin hier nur in der ecke und hab mir die drei von der tankstelle verjagt haut der couch und schaue mit dem handy zu ach du bist auf der couch und schaust mit dem handy zu das ist doch sehr gut jonas wie läuft das stream alles gut soweit ähm tonmäßig und so auch inventory ist voll ok warte mal ne werde ich mal ein paar sachen hier den pet schicken das ist level 10 ach so was ist das denn hier auch level 10 ok ach ja shift war das ne genau kann ich dann so einiges rüber schicken dann können die nämlich schön erstmal die sachen in den shop bringen so super bogen ist auch weg ok mein pet kann schon mal einkaufen äh oder müssen wir sagen verkaufen ah äh jonas schreibt gerade läuft super der stream ist gut nice so danke für dein feedback genau also man kriegt hier schon ganz nice sachen ja ach äh jonas hier für die kamera ähm ah ne hier muss ich erneut einmal alkoholfrei ne also ich trinke hier kein bier am stream also schon bier aber alkoholfreis ja die ausrüstung sind echt nice die man jetzt bekommt also immer besser so pet weg ja ich hab mein zweck geschickt glaub ich jetzt keine waffe mehr ich glaube ich habe aus versehen meine waffe hast du eine waffe weggeschickt ja ne also ich hab die noch aber ich hatte noch was anderes das ist jetzt auch weg ah ok dass ich das eigentlich wiederhole kannst du das tier nicht zurückpfeifen das geht doch noch ah doch das geht ich glaube innerhalb von zwei minuten oder so ja aber dieses diese waffe ist trotzdem weg hat er wahrscheinlich schon verkauft unterwegs geld fierig das Vieh komisch halt hier ein kleines Skelett ey das liegt aber schon länger da dein pet ist wieder und hat mir 1528 gold gebracht die brauche ich aber auch weil ich immer drauf gehe und dann wieder von vorne anfange das ist gut es ist einfach verschwollen ich weiß nicht wo das hin ist also böses ding ich bin auch gleich so weit ja das ich gucke mal gerne guck mal ein bisschen rum hier na gut wir können mhm ja immer die 1 drücken das war wieder das war keine gute idee aber ich komme gleich wieder ich versuche ihn so lange weiter zu verprügeln ja ich war beim friseur weil meine haare im gesicht ging ich glaube wirksin ho voice ich glaube die richtung war das denn genau ne 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 Alter, der ruht echt ordentlich rein. Gott, ich hab hier schon wieder keine Orientierung. Warte, ich seh dich da unten links an, du musst da hinkommen. Und ich muss gleich mal mit M die Map anmachen. Alter, das geht schon ab, ja. Du kannst ruhig helfen. Ja, äh... Wenn ich wüsste, wo lang, ne? Ja, 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 ich hab jetzt die Karte ja nicht mal angemacht hier. Ach, da bist du, ich seh dich auf der Karte, ja. Äh, ja, ich... Da lang, äh... Ja, das war, das war ganz komisch. Ich wollte ja nur schnell irgendwie zu Lidl Milch kaufen, aber... Der Laden hatte schon dicht. Ich vermute mal, ich komme wieder und der Typ ist tot, oder? Ja, ich... Ne, du könntest es noch schaffen, wobei, jetzt hast du dich verlaufen, also wirst du es nicht schaffen. Ach so, halt, ja, ich, äh... Ja. Hatte da noch einen Anruf bekommen vom Kumpel. Ist gleich so. Jo. Ja, du hast es doch geschafft. Jetzt gleich ist es so. Oh, siehste, ich hab ne gekillt. Mit einem Schuss, hast du gesehen? Richtig gut. Alter. Boah. Was ist denn richtig gegeben? Ja... Oh, sehr gut. Weg freigesprengt. Ey, wie hast du denn das geschafft, ey? Das ist ja... So, jetzt haben wir alles eingesammelt hier. Sehr schön. Ah, hier ist noch ne Kiste. Nice. Ah. Uh. Ah. Yo. Zack. Was ist denn hier? Oh, hier liegt ja noch so viel schöne Sachen rum. Ja, ich würd sagen... Ja, muss. Guck mal. Ja, ne? Jetzt müssen wir ja theoretisch wieder nur durch das Portal und dann wär schon durch damit, ne? Genau. Und ich bin immer noch verwirrt, wo meine Zweitwaffe ist, oder? Na, ich sag dir, traue keinem Tier. Ich sag's jetzt. Das wird ja so unterwegs verkauft und versoffen haben. Ja. Ich glaub, ich werd nen schönen Rentierbraten machen heute. Haha, genau. Lecker, lecker. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Ach. Guck an. Vorsicht. Das ist ja wohl der Geheimgang. Oh. You found the secrets. Oh, sehr schön. Naja, ein bisschen was, ne? Kleine Truhe. Diese Truhe, diese Truhe. Sehr gut. Mhm. Na gut. Dann können wir ja zurück zur Stadt. Jo. Dann würde ich sagen, reicht, ne? Ja, auf jeden Fall. War nice. Hat Spaß gemacht. Ja. War cool. Also. Muss wir das jetzt hier noch abgeben, ne? Sozusagen, oder? Ich glaube schon. Mhm. Das können wir ja echt mal so, noch ein bisschen spielen. Mhm. Also ich meinte, die. Ja, ist. Genau. Ja, das, äh, Gute ist, dass ich mich jetzt auch langsam ein bisschen reingezockt habe, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte davon. Ach, jetzt habe ich hier mein, mein Dingsang gemacht hier, mein, äh, Sprach, Sprachscheißendrick. Was ist das hier? So, hier. Ah, ich hab, ich hab, ich hab, ich hatte irgendein Fenster aufgemacht, eben ganz komisch. Ah, okay. So. Dann müssen wir dahin, wo der Stern ist, ne? Ja. Dann müssen wir nochmal zurücklaufen komplett, glaub ich. Aber ich würde sagen, ne, reicht, oder? Kannst du ja speichern. Ja, genau. Ich geh mal auf. Ach so, der speichert wohl automatisch, also ich kann ihn gar nicht speichern. Wenn ich Escape drücke, geht's mal Resume, Settings, Quiet. Ach doch, Save steht da auch ganz klein. Mhm. Jo, haben wir gesaved. Das ist sehr gut. Ja. Kann ich mal beenden. Jo. Stimmt, da ganz unten rechts steht ganz klein speichern, aber Save halt. Mhm. Mhm. Prima, prima. Okay, prima Ballerina. Dann würde ich sagen, äh, machen wir Stream erstmal aus, ne? Genau. Nehmen wir mal mein schönes Stream Deck und zack, sind wir raus. Uhm? Moins Yok? Www. Voor kost точно. Www. cıo. underworld. You see in zwei Jezwag. Hum, die klar sind schon le Dub testing. Oh mir. Warum?